Ein neuer Ford Galaxy steht hier zum Verkauf. Sieben Personen haben in diesem schwarzen 5-türigen BIM Platz. Der Venn besitzt zahlreiche Ausstattungsdetails wie Sitzheizung, Alufelgen, Navigationssystem, Xenonscheinwerfer, Bordcomputer und vieles mehr. Der sparsame Diesel überträgt eine Leistung von 150 PS auf ein 6-Gang-Schaltgetriebe. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 36.440 Euro. Kontaktieren Sie uns, wir informieren Sie gerne näher. Autohausködler Ständig 1000 Ford auf Lager Größte Auswahl Bester Preis Dein Bis zum nächsten Mal.